Willkommen zurück zu SimCity. Gut, machen wir weiter. Ähm, hat übrigens gepasst von der Folgenlänge, ist sogar länger geworden als sonst, also echt cool. Wir haben die Zombies überlebt, außer auch Tote, wie gesagt, am Schluss. Ähm, ja. Hier haben wir irgendwie... Ne, das... Achso, das sind Häuser. Dachte gleich, das wären Parks. Okay. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Gewerbe, Benachfrage sogar, Industrie auch halt, natürlich, aber Industrie kommt in meine Stadt nicht so, sorry. Auch wenn es vielleicht irgendwie dann arbeitslos, keine Ahnung, was sein will. Kommt nicht in meine Stadt rein. Ich glaub, jetzt haben wir schon so viel Geld. Vielleicht spare ich mal, ähm, auf noch einen Megaturm. Ich mein, die springen es ja übel. Arkologie. Hä, hab ich? Lol. Okay. Ähm, ich hab angenommen. Hat sich gleich erfüllt. Ich musste nix machen. Richtig nice. So, mal wieder. Ja, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Gibt's irgendwie ne besondere Ansicht, so? Da gibt's bestimmt was. Warten. Da, Schwebebandkarte. Wartestellung. Wartestellung. Oh, okay. Scheint, als würde... Oh, wow, 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 wow. Ich glaub, wir müssen mehr Schwebeband bauen. Laut dieser Karte. Vielleicht auch mehr Stationen. Huch. Was willst du denn? Also, Polizei ausbauen vielleicht? Ja, doch, das will ich. Hab ich echt für jetzt vor. Wir hatten hier... Das ist dumm, weil wir brauchen hier wirklich Streifenwagen. Also, wir hatten die eisgold nicht. So, obere Etage noch drauf. Hier nochmal. Und nochmal. Dann hier noch ein schöner Schluck. Nee, da nicht. Bekommt er nur ne Fahne. Sorry. So. Ich glaub, die trauen sich auch schon gar nicht mehr, die Verbrecher so. Alter, guckt euch die Stadt an. Guckt euch das an. Das ist so richtig Hammer. Nur das hier gefällt mir noch nicht. Schief. Aber man muss ja auch nicht alles so gerade haben. Ich lass. Ich lass es. Vielleicht können wir hier noch so ne Schwebebandstation bauen. Ich mag die Schwebeband. Die haben sowas. Ja. Gut. Machen wir hier so ne Verbindung. Nee, ich will... So. Und... Okay, jetzt müsste die verbunden sein, oder? 19 Minuten muss man warten. Ja, aber es lohnt sich doch mit so einer tollen Schwebebahn dann fahren. Das ist doch sicherlich... Das... Da wartet man doch. Das ist doch so... Das ist doch wie so ein... Ähm... Kindertraum, so. Keine Ahnung. Ach ja. Ist das nicht schön. Hier in meiner Stadt. Ich find... Die Musik hat sich, glaub ich... Auch schon auf dieses... Ähm... Futuristische eingestellt, so ein bisschen. Hab ich das Gefühl. Ach. Manchmal muss ich echt noch mit diesen... Steuerungstasten mehr arbeiten. Und nicht mehr mal mit der Maus. Aber ich bin das irgendwie so gewohnt. Auch von der Wii. Ich hab ja SimCity Creator auf der Wii... Neun... Neun Minuten? Okay. Ähm... Gehabt. Oder hab's noch, wie gesagt. Und hab's da auch ziemlich oft gezockt. Und da ist die Steuerung natürlich mit der Wii-Ferbedienung. Und das ist ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig. Alter, sieht das hier geil aus. Ich mach hier noch ein bisschen weiter. Und irgendwann, glaub ich, wird's ja auch langweilig. Und dann machen wir eine neue Stadt mit dem Omega. Das wird dann unsere Industriestadt. Was haben wir denn hier alles? Parketage. Vielleicht... Ne. Oh. Wollte ich nicht eine Megaturm bauen? Haha. Ähm. Eigentlich schon, ne? Tja. Hm. Ach, ich muss mal mit den Pfeiltasten. Ähm. Wurde mir das Tipp übrigens gegeben. Von dem Kumpel. Ist halt wirklich besser, aber... Ich weiß nicht. Ich meine... Gewöhnung sich auch anders dran. Alter, diese Stadt sieht einfach so heftig aus in dieser Zeit, ne? Was wir hier gebaut haben. Theoretisch... Wie sieht's denn stromtechnisch aus? Ja, die ist nicht mehr so toll, ne? Hm. Eigentlich könnten wir diese Straße hier komplett wegreißen. Ich will die hier nicht mehr. Geht mal weg. Ich seh nix. Und hier dann irgendwie noch... Was anderes mit Strom herbauen? Ja, umweltverschmutzende scheiße. Ähm. Kernfusion. Ist das gefährlich? Ich glaub schon. Ist zwar saubere... Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich würd's gern bauen, aber... Ist halt so ne Sache. Habt ihr Müllprobleme? Ja, Recycling wär auch cool. Mal sehen, mal sehen. Wie ist es hier noch so entwickelt? In unserer Stadt hier. Wir haben ein Upgrade. Haben wir... Alter. Wir gehen ja richtig ab in der Stadt hier. Äh. Was haben wir denn hier alles? Finanz? Versorg. Okay. Ach so, wir haben ja schon das Recycling. Dann würd ich jetzt Verkehrsabteilung, oder? Ich würd schon sagen. So. Verkehrsabteilung. Alter, aber ich find die Stadt... Guckt euch die Gebäude allein schon an. Es gibt tolle Läden. Ja, die sind ohne Unterricht. Oh! Oh! Ich hab gar nicht mehr auf die Bildung geachtet. Uiuiuiui. Ähm. Wo ist denn die Schule? Uiuiui, könnt ihr rein? Gäste... Warte, gäh? Ich glaub, die ist so gut wie voll. Wir sollten die mal ausbauen. So. Jetzt ist die zumindest voll ausgebaut. Und... Ja, ich weiß, ich mach schon wieder anders. Die toll, ne? Alter. Richtig krass. Die müssen natürlich schon Bildung haben. Bildung ist zwar teuer, aber... Ja. Doch. Bildung muss schon sein. Anderes... Ne, nicht andererseits. Das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken. Ähm. Aber ich weiß noch nicht, wo ich die hinbaue. Hier wär's gut, glaub ich. Sorry. Ähm. Kann man hier... Ja, die kann man hier gleich anbauen. Das find ich nice. So, haben wir noch ne Grundschule. Alte... Aber wir haben so viele Leute. Ich schätze, dass... Nicht mal das... Wird jetzt reichen. So richtig. Auf Dauer. Und gleich mal ein anderes Haus, ja? Huch. Alter, das sieht so richtig krass aus. Und wenn... Ich hoffe, ihr hört die Musik ein bisschen. Aber, wenn ihr so das Let's Play verfolgt, man hört, sie hat sich verändert. Das hat sich wirklich verändert, die Musik. Die ist jetzt wirklich... Ziemlich... Futuristisch. Und ich hab wieder keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ist eh euer Glück. Ich nehme immer dann doch länger auf. Theoretisch könnte ich auch mal kürzer aufnehmen. Jetzt... Da ich ja so oft... Ne. Ist egal. Eigentlich ist egal. Mag die Tasche macht Verlust. Und die hier macht Gewinn. Lol. Ähm. Dann müsst vielleicht... Ich baue noch so, ne? Nein, ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht. Ich wollte es gar nicht. Nein. Ich darf nicht bauen. Ich muss auch einen Megaturm sparen. Die Leute sind sehr zufrieden. Für weitere Infos hier klicken. Ja, Gewerbe und so ist klar. Aber unsere Wohngebiete... Was? Brennen da außer Kontrolle? Nein. Hä? Haben wir jetzt echt Probleme gerade mit Feuer? Haben wir Probleme? Ne. Ne. Ich kann die natürlich ausbauen jetzt noch. Hier sind ja diese Blocks, die eh keiner will. Gut. Bauen wir hier noch ein paar Fähnchen hin. Wunderschön. Wie sieht es eigentlich mit den Schwebebauern aus? Oh. Das ist cool. Das ist cool. Das freut mich. Wir haben jetzt Verkehrsabteilung auch, ne? Geil. Flughafen. Wir können jetzt alles bauen. Hier ist doch ein Ding. Also könnten wir jetzt... Hier ist so ein Bahnhof. Ja, könnten wir. Mach ich. Mach ich. Huch. Muss man das hier noch verbinden? Ähm. Mit einer Straße. Hm. Toll. Jetzt muss man da... Ja, dann mach's doch mit der Kreuzung. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Ich hab Angst, was ich hier grad mache. Ich hab grad richtig Angst, dass ich hier irgendwas wichtig... Oder ein cooles Gebäude wegreiß. Oh Gott. Ähm. Dann machen wir's so. Und. So. 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 Okay. Gewerbe ist auch ziemlich eine Nachfrage, ja? Alter, guck dir das an. Das ist richtig krass hier. Richtig krass geworden, die Stadt. Ich hab... Ich bekomm das Geld nicht mehr zusammen, das sag ich euch. Ich verprass es dann wieder für was anderes. Und dann, ja. Und es geht immer so weiter. Ich könnte euch natürlich Kredite nehmen, aber ich will das gar nicht. Ich will das so in euch. Ich glaub, das war's auch schon wieder mit der Folge. Und, wow. Das ist schon krass, wie bei diesem Spiel die Zeit einfach vergeht. Das ist einfach richtig cool. Ich produziere ja immer noch ein bisschen im Voraus, was ich vielleicht über das Wochenende nicht mal produzieren kann. Im Voraus. Da ich weg bin. Und, ja. Mal sehen. Ich will auch eigentlich andere Spiele noch machen, aber... Ich komme noch nicht so dazu. Vor allem Schulaufgaben, also Tests halt in der Schule und so. Also, hm. Mal sehen. Mal sehen, wann. Mal sehen. Und dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.